Wir brauchen sich gar nichts erzählen, aber das waren andere Zeiten. Ja, ja, die 30er Jahre. Da war ich oft arbeitslos. Später bin ich dann für die Schwarzen demonstrieren gegangen, habe ich 5 Schilling verdient. Dann bin ich umgezogen, zu den HZ. Da habe ich auch 5 Schilling verdient. Österreicher ist immer ein unpolitischer Mensch. Na, und dann ist er schon von Hitler gekommen. Ich bin ihm ja gegenüber gestanden. So bin ich vorher gestanden. Und dann habe ich ihn angeschaut und dann hat er gesagt, Ja, da habe ich es gewusst. Wir haben uns verstanden. Ja. 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 Vielen Dank.